Hallo, hier ist euer Michael wieder von Radio P. Und wem habe ich denn hier vor mir stehen? Sonja Jongen. Und warum bist du überhaupt heute hier? Ist ja was, komische Frage, wegen Normen Lange. Ich habe aber erfahren, du bist von der Kelly Family zum Normen geworden, ja? Wie lange bist du denn schon Normen Fan? Von Anfang an, von der ersten Zeit, wo er bei der SDS war. Bis jetzt. Bis jetzt. Und wie oft verfolgst du ihn so? Wie ist meine Zeit erlaubt? Da ich Mutter bin von zwei Kindern, ist mir das nicht so oft möglich. Aber ich denke mal, heute genieße ich den Abend und ein neues Album hast du bestimmt auch wunderbar. Natürlich. Seit wann hast du das? Geburtstag oder? Von da an, wo es gestartet ist, bis jetzt. Ah ja, praktisch vom Geburtstag an war es bestimmt auch da beim Morgen über. Bei der Rockfabrik da war die Holle ja los. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und mit wie vielen Leuten seid ihr hier? Also ich bin jetzt mit einer Freundin und ihrem Mann hier. Wie viele Fans im Allgemeinen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die Freundin von dir kenne ich, ist die Anja, wenn ich jetzt glaube ich. Richtig. Richtig, genau. Ja, die Anja kennen wir auch von Radio B. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Dankeschön. Danke. 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 Geist. Danke. Danke, danke. Danke. finde ich mein Mann. 否ミ. Wirklich. für mich mistake. Ich bin sehr申it und das mathematicso über die beiden? danke. Vielen Dank.